Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Create Arma 3. Ja, das ist richtig, und zwar möchte ich diesen Moment nutzen, um mich viel, 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 vielmals bei euch zu bedanken. Für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung bei der ganzen Sache. Das heißt, dass ihr mich immer so fleißig unterstützt habt, dass ihr immer, sag ich mal, für mich da wart, sag ich schon. Beziehungsweise, dass ihr halt auch das Projekt so interessant fandet, das habe ich jetzt rausbekommen, das fand ich persönlich sehr, sehr cool. Dass auch das Feedback, was das Ganze angeht, so krass überwältigend war, dass ich euch nochmal hier persönlich vielen Dank für eure Unterstützung sagen möchte. Das Let's Create Arma wird auf jeden Fall weitergehen, einmal wöchentlich, immer sonntags. Ich muss jetzt nächste Woche voraufnehmen, diese Folge werde ich auch ohne Voraufnahmen machen. Also hier habe ich wirklich die Kommentare abgewartet, denn ich weiß nicht, wie ich im Februar dazu kommen werde. Im Februar wird alles ein bisschen stressig werden und von daher ist das so eine Sache. Ich habe eine Menge Kommentare bekommen, was das Ganze angeht, was wir machen können. Der liebe Appleman, der Appleman hat geschrieben, dass wir doch eine Rettungsmission machen können. Die Game Insight hat geschrieben, dass wir doch eine, vielleicht auch, dass wir vielleicht eine Basis verteidigen müssen, dass wir eine Basisverteidigungsmission machen. Der Buggy Game hat uns ebenfalls eine Mission empfohlen und zwar auch so eine Art, wie sage ich denn schon mal, ähm, ja wie sage ich, so eine Rescue Mission ebenfalls nehmen können bei der ganzen Geschichte. Hier blende ich auch noch gerade die Kommentare so bei der Geschichte ein, die so gemacht wurden. Ähm, und natürlich wurden auch noch von anderen viele, viele Kommentare gemacht. Auch der Christoph Hafner und so, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr, ähm, ja, dass ich sagen wollte, vielen Dank, dass ihr meint, dass ihr mir so Feedback dazu gegeben habt. Und ich würde sagen, mit diesen Worten legen wir auch direkt los und bauen unsere Base weiter. Denn das wird heute nochmal unser Programm sein. Ich möchte die Schranke heute perfektionieren. Und das Schöne ist, ich habe, ähm, Ace geupdatet, bedeutet, ich kann jetzt wieder ein- und auslocken ohne Probleme. Jetzt funktioniert es wieder. Wir können wieder ohne Absturz arbeiten. Und das ist schon eine coole Sache. Da können wir nämlich richtig arbeiten. Ähm, ich habe auch nur kurz eine Aufnahme gemacht, wollte ich jetzt, schneiden werde ich das Ganze später. Dadurch, dass ich momentan im Stress bin, die Wohnung aufräumen, muss ich auch kurzfristig ein Event von der NTF aufnehmen, ähm, absagen. Aber ja, das gehört halt dazu. So muss es nun mal sein. Bei der Basis würde ich gerne bleiben. Jetzt stellen wir die Frage, was machen wir für eine Mission? Ich würde gerne eine Rescue Mission bauen, weil das jetzt auch so im Überwiegen der Wunsch war. Und wir können ja später immer noch mal so eine Verteidigungsmission bauen. Wie gesagt, das wird nicht das letzte Projekt sein, was ich machen werde. Das ganz sicher nicht. Ähm, von daher einfach noch etwas gedulden. Da kriegen wir das hin. Als erstes die Frage, was ich mir jetzt stelle, ich würde gerne US-Truppen oder Bundeswehr, ich überlege gerade zwischen US und Bundeswehr, US und Bundeswehr, ähm, was wir nehmen. Weil es gehört zur Basisgestaltung natürlich dazu. Ich würde gerne, ähm, Bundeswehr-Truppen nehmen, ähm, weil ich auch nicht mehr weiß, wie lange RS noch in unserem Update ist. Ähm, das ist aber noch mal später dann was Sache wert. Wir müssen aber erst mal hier anfangen. Ich würde dann gerne Bundeswehr-Soldaten nehmen. Wir spielen eine Bundeswehr-Mission. Ähm, das ist nicht verkehrt. Das ist aber wieder was anderes. Ähm, und, ja, und später können wir dann auch wieder irgendwann, das nächste Mal machen wir dann wieder eine, eine, eine Mission für, ähm, US. Also, das können wir auch machen. Also, hier können wir ja machigieren. Wie gesagt, das ist nicht die letzte Mission. Das noch mal dahingesagt. Ähm, das sollte vielleicht, das sollte vielleicht dazu gesagt werden, dass es definitiv nicht die letzte Mission sein wird. Also, hier haben wir noch viel vor und das kriegen wir, denke ich, auch ganz gut hin. Nun ja, ich würde gerne heute in dem Teil erstmal schnell die Schranke triggern. Das würde ich gerne machen. Und diesmal ist es mein Ziel, dass wir das Ganze ohne Probleme machen. Aber so 500 Meter müssen wir eh gleich ändern. 5 mal 5. Oh, 5 mal 50 ist zu krass. Das passt, aber ich würde so gerne 5 mal 10 lassen. Wie sieht denn das aus? Nee. Das ist auch so eine Sarah 15. Das sieht besser aus. Ähm, so, einen Trigger machen. Ich würde gerne die Schranke automatisch öffnen lassen. Das sieht einfach cool aus. Wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich schaue mir die Videos eigentlich immer nochmal an. Ähm, ich werde bei bestimmten Sachen ranzoomen. Bei manchen Sachen werde ich wieder nicht ranzoomen. Das ist halt einfach so, ähm, also, dass ihr auch da so ein bisschen auf dem Handy das Ganze verfolgen könnt. Deswegen möchte ich da auch ein paar Schnitte reinmachen. Das soll kein Let's Player nur für sich sein. Aber es soll auch kein Tutorial sein. Zu dem Schrankentutorial habe ich übrigens auch ein Tutorial gemacht. Wer das Ganze wissen will, wie das geht. Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ich es nicht vergessen habe. Wenn ich es vergessen habe, flippt mich in den Kommentaren. Dann werde ich den Link ganz schnell nachreichen. Also da habe ich auch was gemacht. Von daher sollte das passen. Tücke Activation machen wir erstmal Blufor. Das ist mir das letzte Mal passiert, dass ich das Ganze vergessen habe. Blufor soll es erstmal sein. Repeated soll es sein. Repeated muss auf jeden Fall wiederholbar sein. Und wie gesagt, wir werden das Ganze auch weiter in dem englischen Editor machen, weil ich es einfach so gewohnt bin. Ja, das ist einfach so. Und da ist natürlich... Ich empfehle euch auch so, arbeiten mit dem englischen Editor. Da macht ihr zumindest nichts verkehrt bei der Geschichte. So, legen wir los. Fangen wir an. So, wir brauchen hier erstmal einen Screenshot. Das ist immer ganz wichtig. Das war falsch gedrückt. Ich würde gerne, dass Landeinheiten, nur Landvehikel, das Ganze öffnen können. Ich möchte das Ganze ein bisschen professioneller machen, dass die Schranke wirklich nur von Fahrzeugen öffnungsbar ist. Ähm, Vehicle, das count this list. Ich muss gerade kurz den Befehl wieder so ein bisschen rausziehen. Ich hoffe, es ist richtig. Größer gleich 0. Das sollte passen. Und es gibt eine Condition. Also habe ich den Fehler gemacht. Zack, das passt so. Das ist und und. Ist. Das haben wir die Klammer zu. Die Klammer auf. Die Klammer, die Klammer haben wir. Unterstrich X. Das müssen wir natürlich auch machen. Stimmt, ich habe das auch geabt. Ich habe den Dornum auf der rechten Seite kurz aufgerufen. Ähm, ist kein Laufen mit Vehikel. Ähm, manche Befehle. Da fasst mich mich auch noch. So, das müsste passen. Dass nur Fahrzeuge das Ganze öffnen könnten. Wo steht denn jetzt unser Soldat? Hä? Ah, der hat sich ja gelöscht. Nevermind. So, da probieren wir das Ganze direkt. Wir können das jetzt machen. Und wir stellen ein leeres Fahrzeug hin. Ja, komm. Das passt ja. Wir wollen jetzt testen, ob es geht. Speichern das Ganze immer zwischen. Das gewöhnt euch gleich an. Das Zwischenspeichern schadet nichts. Ich hoffe jetzt. Ich musste noch eine Wäsche anlegen, dass ihr das nicht so krass hört. Ähm. Ja, ich hoffe es einfach, dass das passt. Ähm, weil morgens wieder Sport angesagt. Ich habe mir für dieses Jahr 20 Kilogramm abnehmen gesagt. Ja, 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 ja. Und das ist nicht der gute Vorsatz. Ich habe schon im letzten Jahr angefangen. Also, ich habe es mir nicht nur als Ziel gesetzt. Sonst allgemein schon vorher gehabt. So, wir schauen, ob die Schranke aufgeht. Wie wir sehen, geht sie nicht auf. Hallo. Ha, klar. Weißt du warum? Oh Gott, bin ich dämlich. Weil ich den Befehl doch gar nicht angegeben habe. Ich muss doch auch sagen, was die machen soll. Ach. Martin, 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 Martin. Manchmal frage ich mich echt. Was, dass ich auch gar nicht dran denke. An manches. Jetzt warten wir ganz kurz zurück. Das passt. Beacomit macht Probleme. Das wird eh bald aus unserem Prise draus fliegen. Denke ich. So. Wir brauchen ja natürlich ein Befehl. Erstmal brauchen wir eine Schranke, die wir benennen. Wir nennen sie jetzt einfach in dem Fall mal Schranke 0,1. Klar, es muss doch ein Befehl geben, Alter. Bin ich denn dämlich? Animate. Das funktioniert. Diese Animate-Buffet funktioniert übrigens auch in Multiplayer. Der klappt. Ich werde auch ein Animationstutorial fertig machen. Da arbeite ich ja momentan dran. Das dauert aber noch. Beziehungsweise es dauert noch. Ich arbeite recht schnell daran. Aber es dauert trotzdem noch ein bisschen. Ich versuche es im Jahr nochmal hinzukriegen. Aber das wird auf jeden Fall. Es wird vorher noch ein kleiner Tutorial kommen. Aber ich arbeite nebenher an den Animationstutorial. Also der ist nicht vergessen. Nur ich kann nicht den ganzen Tag dran arbeiten, wenn ich immer noch an dem selben Projekt arbeite. Da wird einem sonst ein bisschen wirr im Kopf. So. Jetzt müsste es aber gehen. Fahren wir hin. Die Schranke müsste aufgehen. Perfekt. Und sie müsste hinter uns wieder zugehen. Perfekt. Und wenn wir jetzt zurückfahren, müsste sie wieder aufgehen. Das sind nur so Kleinigkeiten. Aber ich baue sie immer ein, weil ich das immer ganz schön finde. Wenn, dann können wir es auch richtig machen. Aber ich überlege, ob wir die entfernen noch ein bisschen. Weil wenn da so ein großer Convoy kommt, ist die Entfernung, wo die Schranke aufgeht, gar nicht so krass. Aber ich meine, das ist ja auch nicht zum Rasen gedacht, ne? Das ist ja eine Militärbasis. Da soll ja eh abgebremst werden. Von daher ist es gar nicht schlecht. Ne, das lassen wir auch so. Ähm, hier hinten war doch eine Schranke. Die müssen wir auch noch animieren dann später, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze ein bisschen abtrennen. Momentan können wir die auch animieren. Aber da fahren wir sie nur um. Also das bringt es ja auch nicht. Ähm, so. Weiter geht es. Also wie gesagt, ähm, dazu. Das Let's Create ist wirklich so Live-Instehung. Ihr seht immer mein Desktop, was ich mache. Ähm, meinen linken Desktop, mein rechter Desktop. Da läuft Open Broadcast meistens drauf. Oder die Musik, die im Hintergrund läuft. Wie gesagt, ohne Musik ist hier die Tor. Aber, ah ja, beim Tutorial ist es okay manchmal. Aber sonst, ich brauche eigentlich immer meine Musik dazu. Ich denke, ihr werdet bestimmt auch mit Musik skripten. Das würde mich zumindest wundern, wenn ihr es nicht tun würdet. Ähm, ist aber einfach eine schöne Sache. So, ich würde es vielleicht trotzdem nochmal um 2 erhöhen. Das passt. Dann ist es nur noch minimal ein bisschen. Das Problem hier auch ist, glaube ich, dass einfach... Ah, okay. Das Problem ist, egal wie ist, Trio und Wendeln, dann passt es. Ich würde es sogar vielleicht so machen. Dann muss man erst recht bremsen. Dann sollte es aufgehen. Ja, so lassen wir das auch tatsächlich. Und wir gestalten weiter die Basis. Da werde ich auch schon schöne Basis haben. Wir werden dann auch später die Simulation verbieten. Das geht ganz schnell. Mini-Di-Totter ist ganz schön. Ähm, das klappt auch ganz gut. Wegen der Performance. Wie gesagt, ich werde viel auf Performance achten bei den meisten Punkten. Bei manchen weniger. Ich meine, wenn du überall auf Performance achtest, da hast du bald gar nichts mehr. Beispiel hier ist ein bisschen Sache. Das finde ich ein bisschen blöd. Das müssen wir irgendwie wegkriegen. Sollen wir da nicht reinhüpfen können. Das Problem ist, es sieht halt auch doof aus, wenn es so ist. Deswegen würde ich es so machen. So. Ja, das sieht gut aus. Ich will übrigens auch mal wieder bald einen Livestream machen vom Editor. Da läuft dann eine andere Map. Das habe ich mir so gesagt. Ich hatte ja da auch eine angefangen. Ähm, Livestream sollte eigentlich spätestens in der neuen Wohnung ist mein Plan wieder mehr kommen. Ähm, aber muss natürlich bis dahin erst mal klappen, ne? Also, ich weiß halt auch gar nicht, wie es mit dem Internet aussieht. Periodisch dann hat die Telekom gesagt, ja, pünktlich am so und so hast du Internet. Das sieht gut aus. Aber, ob das jetzt wirklich der Fall ist, ist immer so eine Sache. Es ist ja trotzdem Umzug und sowas kann dauern. Muss nicht dauern, kann aber dauern. Die Stanzer ersticken wir im Dreck. Also, das sieht gut aus. Ist ja auch nicht drin. Nein, hier sieht man es nicht. Perfekt, da bin ich ein bisschen penibel mittlerweile, was das angeht. Ähm, die Feinstoffen machen wir später aber eh nochmal. Die Basis würde ich nur gerne persönlich überall umrahmen. Das würde ich schon gerne machen. So. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch ganz schick aus. Äh, äh, äh. Hier müssen wir auch dann den Zaun weiter fortführen. Ich kann dann so ein bisschen schräg führen. Das passt gut. Wir müssen das eh nochmal kurz dann, dass es am Boden steht. Immer testen. Das machen wir dann später. Manchmal, meistens rafft es der Editor direkt, dass es am Boden stehen muss und dass es gekippt werden muss. Manchmal aber backt es noch ein bisschen rum, da muss man ein bisschen nachhelfen. So, minimal. Weil wenn wollen wir unsere Bar ist ja schon absichern, ne? Das ist ja realistisch sein. Vielleicht können wir auch so eine Art Mini-Kampagne daraus machen. Was haltet ihr denn davon? Das wäre doch auch so eine Sache, oder? Das wäre doch super. So eine Mini-Kampagne, denke ich, wäre auf jeden Fall auch ganz cool. Und meine Boxen haben wieder Rückkopplung. Das war kein Fort, den ich gelassen habe. Ich muss erstmal die Boxen wieder ausmachen, sonst habe ich ein Problem. Weil meine Boxen da gerne zur Rückkopplung. Da wollte ich mir irgendwann neue kaufen, wenn das Geld ein bisschen besser sitzt. Aber momentan ist es alles durch den Umzug ein bisschen schwierig. Nicht, dass ich jammern will, aber so ist es einfach. Jeder weiß, jeder, der ein bisschen nachdenkt und kennt. Oder vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, das weiß, weiß, dass so ein Umzug sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Vor allem nicht mal das Geld, das Geld auch, klar. Aber vor allem Zeit ist es so ein Punkt, ne? Zeit ist ja immer so ein Ding. Aber nur für sich. Ich habe heute übrigens, vielen Dank hier nochmal persönlich, das Video wird wahrscheinlich eher kommen, mit Leuten vom Project Real Life RPG gemacht. Dazu wird es nächste Woche, also nicht diese Bau, die jetzt kommt, ebenfalls mehr Informationen geben. Da schon mal die Hinweise. Sehr interessantes Projekt, sehr, sehr nette Leute dort. Ähm, und es wird natürlich auch morgen, ja, morgen kommt ja dann die News, wird es von Project Germany Neuigkeiten geben. Ähm, leider habe ich mich immer noch nicht mit den TS-Entwicklern gemacht haben, deswegen muss ich auf die Facebook-Seite zurückgreifen. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft. Es tut mir leid, Bär, ähm, wenn du das Ganze angehst, siehst, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Momentan, die Woche war ein bisschen stressig für mich, ähm, ja. Ja, Punkte, ne? Ah, Barriere ist das, ne? Ne, ich brauche einen Block. Danke. Das sieht gut aus. Warum steht eigentlich, das verstehe ich nicht so richtig. Und das Haus hier steht. Ich weiß nicht, ob das ein Map-Fehler ist, aber es fällt mir jetzt gerade erst auf. Also werde ich das einfach zubauen, wir ignorieren die Straße. Ich würde sagen, da ignorieren wir die Straße und bauen das direkt zu. Aber es ist ein bisschen breiter, das passt, sieht gut aus, wackelt, dann hat Luft. Hier kann man sogar reingehen, das ist ja neu. Und durch die Wände schaut es auch nicht, das sieht gut aus. Wie gesagt, wir werden eh nochmal in der letzten Phase sowieso noch Feinschliffe machen. Jetzt geht es mal hauptsächlich um den groben Teil, sage ich mal, ne? Dass wir jetzt mal den groben Teil fertigstellen können. Und dann weiterarbeiten können. Ja, da geht's weiter. Ich würde gerne auch so ein bisschen das mal anfangen zu gestalten. Es ist so eine Sache, ich, wie gesagt, ich werde das an Cut machen. Ähm, ich habe mir vorher wenig Gedanken gemacht. Ich entscheide immer, dass viele Spontan bei mir, die du auszusehen, das ist ein großes Event. Und in der NTF-Mission habe ich natürlich viele Gedanken. Aber hier ist eher so beim Let's Create so ein Punkt, dass es eher Spontan ist. Ja, ähm. So, Puma-Tropenponsor. Und es hängt, es hängt, es hängt, es hängt. Warum hängt es denn jetzt? Oh, oh. Puh, alles cool, alles cool. Was nehmen wir denn eher? Ah. Das. Das ist besser. Wir werden früher oder später auch nochmal in Ausrüstungskripten arbeiten für die Bundeswehr. Ähm. Da müsst ihr mich entscheiden, ob ihr das mitsehen wollt. Da bin ich um Feedback von euch. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, ob ihr... Ach, falsch. Muss ja leer platzieren. Ich steppe... Oh, nein. Ähm. Ob ihr... Ähm. Ob ihr sagt für euch, okay, wir wollen das Ganze mitsehen mit den Skripten, also mit den Ausrüstungskripten, ist ein bisschen langweilig. Oder ob wir sagen, wir machen 1, 2 zusammen, den Rest mache ich offscreen. Ähm. Da vielleicht auch euer Feedback, dass ich da so ein bisschen planen kann und, ähm, entscheiden kann, wie wir es jetzt letztendlich machen. Ja. Ähm. Wie gesagt, ich möchte euch bei diesem Projekt sehr, sehr viel einbinden. Wir werden die Mission dann auch zusammen spielen und suchten hoffentlich. Von daher, ähm, wird auf jeden Fall was kommen. Vielen Dank hier auch nochmal für 1300 Abonnenten, das habe ich gesehen. Ähm. Für über 1300 Abonnenten, ich... Mein Herz bebt ein bisschen. Ich finde das super und freue mich, dass es echt so gerne meine Leute auch angenommen sehen. Also die Leute das auch gerne gucken, meine Videos mittlerweile. Ähm. Muss ich sagen, finde ich toll. Ich überlege gerade, ob wir eine Schützenpanzermission haben. Aber eine Schützenpanzer muss man immer ein bisschen können, bevor man die macht. Ihr seht, ich baue ziemlich genau... Oh, warum baue ich denn immer? Ne, habe ich richtig gemacht. Alles gut. So, bauen wir einen richtig großen Militärspitzung hier der Bundeswehr hier, sodass man gar nicht angreifen will. Und später kann man die ja immer noch ein bisschen außen platzieren, die ganzen Fahrzeuge. Ähm. Und sagen, okay, ähm, wir entscheiden das ein bisschen anders. Ähm, Tiger. Der Tiger. Den Tiger würde ich auch gerne zur Deko-Zweck nehmen, ich weiß noch nicht wo. Aha. Aha. Ich würde den Tiger vielleicht sogar tatsächlich... Wir könnten den ja hier so platzieren. Aber ich brauche... Ne, ne, der Tiger... Vielleicht hier. Aber ich brauche einen Helikopterlandeplatz dafür. Okay. Dann nehmen wir den Leo erstmal. Fleck-Tarn. Als Deko. Auch wenn der Leo eher weniger für Dschungel geeignet ist, dafür ist ja ein Panzer nicht wirklich geeignet. Cool sieht es trotzdem aus. So ein Panzer in der Landschaft ist immer schön. Ist wie so ein Panzer im Vorgarten. Auch nicht verkehrt. Habe ich leider nicht. Fehlt ihm ja auch der nötige Vorgarten. Wir haben da einen Balkon in der neuen Wohnung. Vielleicht da so ein großer Panzer, so ein kleiner Leopard, ne? Ist ja ja mal schick, ne? Aber irgendwie passt er nicht. Also ich weiß nicht, aber irgendwie kann ich mich mit einem Leopard im Setting nicht anfreunden. Da sind die Pumas nebeneinander doch schon irgendwie cooler aus, finde ich. Muss ich gestehen. So. Müssen wir auch testen, ob das jetzt gleich nicht explodiert. Davor habe ich ein bisschen Angst. Testen, testen, testen. So ist das ein Armer. Was baut ihr hauptsächlich für Mission? Das möchte ich zählen. Ich finde das immer auch gar nicht schlecht. So kann man ein bisschen mit der Community-Off-Topic babbeln und sowas. Baut ihr immer gerne für Mission? Habt ihr vielleicht so eine Linie, die ihr immer verfolgt? Oder habt ihr wirklich auch immer sehr viel auf Innovationen? Oder gibt es irgendwelche Szenarien, die euch besonders interessieren? Deswegen baut ihr sie einfach öfter. Das würde mich auch mal interessieren. Ob da so das Ganze verteilt ist bei der Geschichte? Ich würde sagen, sieht doch schön aus. So. Ein paar Pumas am Morgen. Vertreiben Kummer und Sorgen, ne? Ist es ja nun mal. Nicht wahr, nicht? So. Hier können wir übrigens nicht durchlaufen. Das wollte ich testen. Wenn wir jetzt hier langlaufen, geht die Schranke nicht auf. Das ist toll, ne? Wenn wir jetzt aber hier mit dem Puma langfahren würden, würde es hier aufgehen. Das haben wir jetzt so eingestellt. Das liegt einfach da an. Ja, ich weiß. Es sollte kein Tutorial werden und so. Dass wir jetzt in dem Bedingungsfeld eine Class definiert hat, die durchfahren kann. Ja. Ja. Ähm. Ich werde übrigens alle Befehle, die ich verwende in den Spiel, in den Dingstar Boomstar, in den Let's Create, werde ich unten in die Beschreibung packen. Dann habt ihr sie nochmal. Wenn ich was nicht reinschreiben kann aufgrund von YouTube, wird es per Paste.bin veröffentlicht. Da also bitte nicht wundern. Das ist dann Absicht, ja? Ähm. Hier legen wir zum Beispiel fest, dass es nur Landwiegels sind, die fahren können. Ähm. Ja. Und wie gesagt, wer das Ganze verstehen will dahinter, weiß immer gut. Schön Copy-Paste geht auch. Aber ich finde es immer wichtig, dass man so die Befehle dahinter ein bisschen versteht. Den empfehle ich mal im Schrankentutorial. Das ist wie gesagt auch unten in der Beschreibung dazu. Äh. So. Ich könnte aber schon mal sagen, vielleicht. Aber ich habe Angst, dass es Probleme gibt. Das machen wir nochmal. Das können wir übrigens Copy-Pasten. Erstmal brauchen wir Schranke 02. So. So. Das bauen wir dann auch so. Dann ändern wir das noch. Dann passt das nämlich auch. Dann haben wir schon mal die beiden Schranken gemacht. Das sollte funktionieren. Das teste ich jetzt nicht nochmal. Aber das sollte passen. Da sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten, liebe Gemeinde. Es tut mir leid, ja. Ähm. Meine Frage ist, ähm. Ich sage das jetzt nicht irgendwie verbindlich oder so. Würdet ihr vielleicht auch euch zweimal die Woche das Let's Create wünschen? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich ziemlich interessieren. Ansonsten bleibt mir vor allen Dingen eines zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Unterstützt mich mit einem Däumchen, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Ich würde mich riesig freuen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wünsche euch bis dahin, wie immer, alles Beste. Und denkt dran, ihr seid die Besten, keine andere Leute. Vielen Dank, euer Martin. Tschüss. Tschüss.